Michel Riesen in der Platzierungsrunde hat es zwei Niederlagen gegeben gegen Rapperswil. Wie schwierig ist es jetzt zum Umstellen auf Playouts hin? Ja, es wird sicher eine schwierige Serie werden, das ist klar, das haben wir aber gewusst. Ich glaube aber nicht, dass die Spiele jetzt in der Platzierungsrunde etwas damit zu tun werden, sondern es fährt am Dienstag neu an und es wird ein harter Kampf sein. Und wir werden alles geben, damit wir den ersten Match gewinnen können. Am Dienstag fängt es neu an, die Playouts, wie beurteilen Sie die Favoritenrollen in diesen Playouts? Da gibt es keine Favoritenrolle, ich glaube. Das sind zwei Mannschaften, die eine schwierige Saison hinter sich haben. Und beide wollen sicher die Saison so schnell wie möglich beenden. Und darum gibt es eine hart umkämpfte Serie, das erwarten wir alle zusammen. Und Favoriten gibt es von mir aus zu erkennen.